die leute ich hoffe allen geht's gut wir sind gerade ins kick da hier am Meer und ja wir sehen uns später sehr stürm war der Stürm des Stürmes wir sind jetzt hier am Meer einfach nur geil ich sage euch ich würde gerne hier immer sein sehr schön hier sehr schön mit einem Cousin und einem sehr guten Freund wir sind hier gerade ins kick da am schönem Meer jetzt sind wir am Meer hier laufen ein bisschen am Meer entlang und ja hier ist sehr schön also wie das Meer ist heute ein bisschen wellig aber sehr schön so wir sind jetzt am Hafen heute und jetzt hier ist der Hafen so jetzt sind wir gerade mit dem Auto hier an gekommen der Pediatra 7 jetzt gehen wir jetzt schauen wir mal hier das Meer wir sind hier ins kick da gerade im Hintergrund seht ihr die schöne Strand schöne Umgebung sehr schön hier hier ist die Stadt hier ist ein sehr schöner Platz zum schönen entspannen und dann ist der believige Gebiet super wir sind gerade agieren wir fahren ein bisschen Auto mit dem Peugeot mit den schönen Rallyen Strecken hier sehr sehr gut hier, die Strecken zu fahren Pizzeria Big one Pizzeria Wir sind jetzt gerade am Meer. Nach zwei Jahren bin ich wieder am Meer. Wir haben ein bisschen neu gemacht. Das Wasser holt, kleine Grube mäßig. Sparen 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 Musik Das war's für heute. so leute ich hoffe das video hat euch gefallen vom algerienskiedervlog das video gerne an like da wenn ihr wollt teils video ihr wollt und ich würde sagen bis zum nächsten video bleibt gesund